Ja, nur ein Wort voraus, die Botschafter haben sich verirrt. Wir fangen jetzt trotzdem schon mal an, aber so nicht wundern, wenn die im Laufe der Zeit dann eintrödeln. Wir fangen mit einer Lesung an. In Dunkelblumen haben die Mauern Ohren, die Blüten in den Gärten haben Augen, sie drehen ihre Köpfchen hierhin und dorthin, damit ihnen nichts entgeht, und das Gras registriert mit seinen Schnurrhaaren jeden Schritt. Die Menschen haben immerzu ein Gespür. Die Vorhänge im Ort bewegen sich wie von leisem Atem getrieben, ein und aus, lebensnotwendig. Jedes Mal, wenn Gott von oben in diese Häuser schaut, als hätten sie gar keine Dächer, wenn er hineinblickt in die Puppenhäuser seines Modellstädtchens, das er zusammen mit dem Teufel gebaut hat, zur Mahnung an alle, dann sieht er in fast jedem Haus welche, die an den Fenstern hinter ihren Vorhängen stehen und hinausspähen. Manchmal, oft, stehen auch zwei oder sogar drei im selben Haus an den Fenstern, in verschiedenen Räumen und voreinander verborgen. Man wünschte Gott, dass er nur in die Häuser sehen könnte und nicht in die Herzen. In Dunkelblumen wissen die Einheimischen alles voneinander, und die paar Winzigkeiten, die sie nicht wissen, die sie nicht hinzu erfinden können und auch nicht einfach weglassen, die sind nicht egal, sondern spielen die allergrößte Rolle. Das, was nicht allseits bekannt ist, regiert wie ein Fluch. Die anderen, die Zugezogenen und die Eingeheirateten, wissen nicht viel. Sie wissen, dass das Schloss abgebrannt ist, dass die Nachkommen der Grafen jetzt in verschiedenen, weit entfernten Ländern leben, zum Heiraten und zum Taufen aber üblicherweise zurückkommen, woraufhin es große Feste gibt für den ganzen Ort. Die Kinder holen aus den Bauerngärten Blumen und Windengirlanden, die alten Frauen kramen ihre hundertjährigen Trachten heraus und alle stellen sich entlang der Herrengasse auf und winken. Mit nadelspitzem Lächeln nehmen die ausländischen Bräute wahr, dass hier trotz der vor langem erfolgten republikanischen Übernahme noch auf die Untertanen Verlass ist, zumindest alle heiligen Zeiten einmal. Begraben lassen sich die Grafen allerdings schon lange nicht mehr hier. Die Gruft kann besichtigt werden, doch sie wird nicht mehr belegt. Zwar hat man die Grafen 20 Jahre nach dem Krieg erst unter Hinweis auf die undichte Familiengruft überhaupt wieder nach Dunkelblum gelockt. Unmittelbar nach dem Krieg dagegen hatte man sie, wer genau ist unbekannt, mit erstaunlicher diplomatischer Kunst ferngehalten. Die Nachrichten, die man zum Zustand der Brandruine übermittelte, waren stark übertrieben. Abreißen, leider alles abreißen, lautete der mit Tränen und Schütterung vorgetragene Befund. Und die kurz zuvor verwitwete Gräfin im Exil glaubte ihren ehemaligen Verwaltern und Pächtern und Sekretärinnen und Zofen oder wer immer dahinter steckte oder wer immer weiter trug, was er vom Hörensagen wusste oder zu Sagen gezwungen worden war. Für einen Lokalaugenschein war sie zu faul oder zu feige, für ein Gutachten zu wenig flüssig. Und so wurde das Schloss abgerissen und eine gigantische Menge an bestem Baugrund wurde frei, in einer vormals unerreichbaren zentralen Lage. Irgendjemand musste damals davon profitiert haben. Denn jemand profitiert immer. Seither ist der Ortskern von Dunkelblum baulich und atmosphärisch zweigeteilt. In die jahrhundertealte, bäuerlich verwinkelte Hälfte weißgekalkt und mit blauen oder grünen Fensterläden und in die andere, schauerlich zweckmäßige Blech und Silikon, praktisch und abwaschbar, so wie man damals zur Zeit des Wiederaufbaus auch innerlich gern gewesen wäre. Zurück auf Stippvisite kam also, 20 Jahre später, der leutselige älteste Sohn der Gräfin, dem man vieles nachsagen konnte, nur nicht, dass er sentimental gewesen wäre. Die Vorfahren safteln, trompetete er, ließ die Gruft öffnen und abdichten, was dort abzudichten war. Dann segnete der Herr Pfarrer alles mit Nachdruck für die Ewigkeit ein und die Gruft wurde wieder geschlossen. Damals soll es noch Dunkelblumerinnen gegeben haben, die durchlaucht nach der Zeremonie die Handküsten, knicksend. Der Färbenz hingegen hat genau zur gleichen Zeit einen allgemeinen Frühschoppen im Café Posauna plakatieren lassen. Aber diesem Spaltungsversuch war kein Erfolg beschieden. Wenn der Graf und der Pfarrer riefen, wussten die meisten, was sich gehörte, auch wenn man ansonsten mehrheitlich der Meinung vom Färbenz war. Hier ging der Graf vor. Er war ja so selten da. Und so saß der Färbenz mit dem harten Kern seiner Getreuen im Café Posauna und sie tranken sich die Nasen rot. Und obwohl es aussah wie eine Niederlage, wusste jeder von ihnen, dass sie alle sich für immer merken würden, wer da gewesen und vor allem wer nicht da gewesen war. Und wer von den Anwesenden einen Stirnacken hatte, das waren die meisten, dem rötete er sich bereits vor Vorfreude, weil mit der Abreise des Grafen die Machtverhältnisse in Dunkelblumen schon bald wiederhergestellt sein würden. Ja, schon nach diesen drei Seiten weiß man eigentlich verhältnismäßig viel über Dunkelblumen und auch wie es da brodelt. Und ich habe mich bei der Lektüre direkt gefragt, Guy, möchtest du in Dunkelblumen beerdigt sein? Oder wenn? Oder vielleicht da leben? Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil, und ich würde die Frage an dich weitergeben, weil das Erste ist Ablehnung natürlich, aber dann gibt es so viele Figuren da drin, die, obwohl man ihr Verhalten nicht gut heißt, dann doch im Nachhinein sagen muss, irgendwie ist das auch wieder menschlich teilweise, was da passiert. Genau das war die Idee, ja. Also mir sind die Leser am liebsten, das kommt jetzt öfter vor auf der Lesereise, die dann nachher sagen und so halb entschuldigend, halb lobend sagen, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch Dunkelblume. Das hat ziemlich viele Abgründe. Aber ja, ich glaube, wenn man so einen Ort, also natürlich, das muss man glaube ich versuchen als Schriftsteller, oder? Dass man das, wenn man so einen Ort mit so einer schrecklichen, düsteren Geschichte, also diesem Geheimnis von Dunkelblumen, wenn man das beschreiben will, dann muss man erst den Leser da ein bisschen einseifen, dass er da schon auch gern ist, ne? Und außerdem halte ich das für, wie soll ich sagen, ich halte das für moralisch verpflichtend fast, weil überall sind Menschen, deren Taten man letztlich doch gut erklären kann. Und alle zusammen machen dann vielleicht, unbewusst oder unbeabsichtigt etwas sehr Schlimmes, in dem sie eben so lange schweigen wie in diesem Buch. Aber wenn man auf jeden Einzelnen und auf die Motive von jedem Einzelnen scharf stellt, dann ist das sehr, sehr vieles menschlich nachvollziehbar. Vielleicht sollten wir einfach mal mit diesem, du hast das schon erwähnt, jetzt das, worüber geschwiegen wird, vielleicht für die Leute jetzt auch, die Zuhörer, die das Buch nicht kennen, es geht zurück auf ein Ereignis von 1945, ein Massaker. Vielleicht kannst du das einordnen. Ja, also 1945 gab es da ein Massaker. Dunkelblum hat durchaus einen historischen Ort als Vorbild, und zwar Rechnitz im Burgenland. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Rechnitz-Roman zu schreiben, weil das irgendwie bekannt war, dieses Massaker von Rechnitz. Es ist deswegen spektakulär, nicht nur, weil es das Massaker gab, sondern weil man bis zum heutigen Tag die menschlichen Überreste nicht gefunden hat. Das ist so eine isolierte Geschichte, die man zumindest in Österreich sehr gut kennt. Irgendwie bin ich da wieder drangekommen an dieses Thema, und dann habe ich erst kapiert, es gab nicht nur ein Rechnitz, sondern es gab 120 davon. Und dann habe ich überhaupt erst begonnen, über diese ganze Sache nachzudenken. Denn es war so, dass am Ende der Nazizeit überall dort, wo, wie haben Sie das genannt, lebensunwertes Leben vorhanden war, man es noch schnell ausgerottet hat. Also Sie kennen die KZ-Todesmärsche, Sie kennen Massaker an Zwangsarbeitern, es gibt welche an Kriegsgefangenen, alles überall. Und nun waren dort in dieser Gegend im Burgenland sehr, sehr viele Zwangsarbeiter, weil sie eine letzte Verteidigungslinie gegen die Rote Armee bauen sollten. Und nun ist eine Massaker literarisch, ist meine Meinung, das ist natürlich nur eine individuelle Meinung, nichts hinzuzufügen. Massaker geschehen. Wir sehen es gerade wieder in der Ukraine. Also ein Massaker gibt es nichts zu erklären. Aber, oder auch nichts zu erforschen. Aber wenn, wie ich immer glaube, bitte kommen Sie und nehmen Sie Platz, die Botschafter sind eingetroffen. Ja, ja, wir haben es schon gehört. So. Dann, was mich interessiert hat, war das, was danach passiert. Also dieses Massaker in einer Kleinstadt, ein Verbrechen in einer Kleinstadt, jeder kennt jeden, jeder weiß, wer dabei war. Und selbst wenn die Täter nachher fliehen, ist eine ganze Gruppe von Menschen da, die wissen, die davon wissen und versuchen nie wieder darüber zu reden. Und trotzdem kommt es irgendwann raus. Denn das ist die Geschichte aller dieser Verbrechen. Egal was es ist und egal wie lang es dauert, irgendwann ist diese Klammer des Schweigens, wird die brüchig. Und das war eigentlich die Geschichte dahinter, die ich versucht habe. Deswegen spielt das Buch von 1945 bis 1989 oder eigentlich spielt es ja im Sommer 1989. Was mich auch wundert, ist, dass sie tatsächlich nie gefunden wurden, weil man, vielleicht überschätze ich einfach, die moderne Technik, aber ich denke, wenn ich mir das vorstelle, diese Leute sind ja nicht nochmal 50 Kilometer von Dunkelblumen, sagen wir jetzt mal, weiter getrieben worden, sondern das muss ja in unmittelbarer Umgebung gewesen sein. Und trotzdem, nach so vielen Jahren. Also was das Rechnitzer Massengrad betrifft, das nicht gefunden wurde, kann man das ganz gut erklären. Und ich glaube, ein entscheidender Hinweis, also erstens gibt es die Cold Case Fälle. Wir wissen aus jeder, der schon mal Tatort gesehen hat, je länger ein Mord her ist, desto schwerer ist er aufzuklären. Dort ist eben wegen dieser Wallarbeiten, wahnsinnig viel umgegraben worden, in derselben Zeit. Also von 1944 bis 1945 ist dort alles umgegraben worden, auf Quadratkilometern. Dann gab es Bombeneinschläge, also Kämpfe, alles Mögliche. Das heißt, man hat weder mit Satellitenbildern, man hat alles gemacht. Tatsächlich seit den 90er Jahren hat das österreichische Innenministerium alles gemacht, was möglich ist. Satellitenbilder, dann diese Überflugsbilder aus der Ur- und Frühgeschichte, da fliegen Flugzeuge in einer ganz bestimmten Höhe und fotografieren die ganze Zeit und das sieht man eigentlich. Und das Nächste ist, glaube ich, was bei Rechnitz eine Rolle spielt, warum man es nie gefunden hat. Es waren höchstwahrscheinlich, aber das sind die allerjüngsten historischen Erkenntnisse, zwei Massaker. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und dadurch kommt es zu diesen total divergierenden Zeugenaussagen. Weil die hat man wahrscheinlich wirklich an zwei verschiedenen Orten. Und jetzt hat der eine, und alle glauben, sie reden von dem einen Massaker und jeder hat andere Infos, plus diese ganze Bedrohungslage, die in Dunkelblumen verarbeitet ist. Also es hat nach dem Krieg, unmittelbar nach dem Krieg, verschiedene Morde gegeben, die nie aufgeklärt worden sind. Und die Rechnitzende Bevölkerung hat wirklich das Gefühl gehabt, dass da jemand die Zeugen umbringt und lieber nichts sagen. Das sind so die historischen Umstände, die einen schon erklären lassen, warum es in Rechnitz nicht gefunden wurde. Aber umgekehrt ist es ja so, dass von den anderen 120 Massakern, die sind alle gefunden worden. Also Rechnitz steht in dieser Hinsicht allein da. Das macht es auch bis heute noch so tragisch eigentlich. Ich habe jetzt am Anfang gesagt, Dunkelblumen, aber notwendigerweise sagt man auch immer wieder Rechnitz. Gleichzeitig ist es aber so, dass du dich immer dagegen wehren würdest, jetzt Dunkelblumen darauf zu reduzieren. Weil Dunkelblumen ja eine erfundene Kleinstadt ist und eben aus diesen ganzen anderen Aspekten, die da mit hineinspielen, dass das so zusammengebaut ist. Nicht nur Aspekte, sondern auch historische Details aus den ganzen anderen Massakern rundherum. Also Dunkelblumen ist sozusagen verdichtete Burgenlandgeschichte. Wie gesagt, es waren über 120 dieser Massaker, ein paar waren auch im östlichen Niederösterreich, aber ist jetzt egal. So für hier können wir das jetzt so sagen. Ich habe sozusagen alle anderen, nicht alle anderen, aber einige der besser historisch aufgearbeiteten vergleichbaren Verbrechen und Details von hier genommen und Details von da. Das ist ein Modell-Massaker. Würdest du dann auch so das Verhältnis, weil es ist halt eben schwer, wenn man mit historischen Momenten arbeitet, dann ist der Rekurs da drauf und dass man darüber sprechen muss, natürlich automatisch gegeben. Aber wie würdest du das Verhältnis denn zwischen Geschichte, zwischen dieser Realität und der Fiktion, dem Erzählen, charakterisieren? Das Komische ist, je länger ich damit auf Lesereise bin und immer wieder auch andere Stellen vorlese, desto mehr begreife ich, dass es eigentlich wirklich ein historischer Roman ist, in dem Sinn, dass fast alles stimmt, was da drin steht. Es ist nur anders zusammengebaut. Also alle Ereignisse, bis auf zwei, drei Sachen, die ich dann so hingebogen habe, aber die historischen Teile stimmen. Und wenn sie nicht in Rechnitz waren, dann waren sie in Jennersdorf oder in Mattersburg oder da oder dort. Aber ich habe sozusagen aus dieser ganzen Burgenland-Geschichte einen fiktiven Roman gemacht und das Fiktive ist nur, dass ich sozusagen in eine Geschichte reingezwungen habe. So wie Doku-Fiction. Vielleicht können wir einfach, um reinzukommen, die erste Passage hören. Genau, also ich sagte schon, die eigentliche Rahmenhandlung spielt im Sommer 89, als die Grenze dort, genau dort aufgegangen ist. Also der eiserne Vorhang hat genau dort zu wanken begonnen und ist auch brüchig geworden. Da gab es dann dieses berühmte pan-europäische Picknick, das komischerweise von Habsburgern zusammen mit ungarischen Menschenrechtsgruppen an der Grenze durchgeführt wurde. Und da ist es gelungen, einigen hundert DDR-Bürgern, die sich da alle in die in Ungarn Urlaub gemacht haben, aber begriffen haben, gerochen haben, dass da jetzt was passiert, die alle in Richtung Grenze gegangen sind, rüber zu laufen. Das war so eines der ersten und daran kann ich mich ziemlich gut erinnern, an diesen Sommer 89. Da war ich 19 und plötzlich kamen da die DDR-Bürger rüber. Aber davon später nochmal. Jetzt erstmal eine einzelne Figur aus Dunkelblum, der geflickte Schurrl. Den geflickten Schurrl zog es an diesen glühenden Spätsommerabenden unwiderstehlich an seine südwestliche Grundstücksgrenze, wo er auf und ab ging und rauchte. Hier standen die schönsten Obstbäume Dunkelblums, uralte Majestäten, die seit vielen Jahrzehnten trugen und seiner Familie aus Handlangern und Hilfsarbeitern ein dringend benötigtes Zusatzeinkommen bescherten. Das Leben war von diesem Obstgarten geprägt, seit sein Vater ihn an sich gerissen hatte. Seit damals kümmerten er und seine Geschwister sich um Pflege, Ernte, Lagerung und Verkauf. Er erinnerte sich gut an die Tage, als die Mauer gebaut wurde, mit der die eindrucksvollen Baumreihen, fast hätte man es eine Plantage nennen können, baulich dem Besitz seiner Familie zugeschlagen wurden. Schurls Vater und Großvater hatten schnell und beherzt gehandelt. Während andere noch dem Horka zur Hand gingen, indem sie Türen eintraten und Lastwagen besorgten für die, die nicht sofort gingen, während sie Listen schrieben und den Tempel verwüsteten, organisierten Schurls Altvordere fieberhaft Ziegel und Mörtel, so viel sie nur kriegen und mit Mühe und Not transportieren konnten. Als der kleine Schurl verschwitzt vom Ziegelschupfen fragte, ob endlich das Haus vergrößert wurde, weil ja schon wieder ein Baby komme, lachte der Vater nur, wirst schon sehen, Bur, sagte er und warf dem Großvater Blicke zu. Der erste Ziegelstein für die Mauer wurde im selben Augenblick gesetzt, indem der letzte Angehörige des Haushalts derer von Rosmarin über die Türschwelle der Villa trat. Die Rosmarins schlossen sozusagen vorne die Tür und hinten, hinter dem kleinen, aber geschmackvollen Park, wurde begonnen, die Mauer hochzuziehen. Was kurz davor geschehen war, hatte sich herumgesprochen, dass nämlich die Fabrikantin, Frau Thea Rosmarin, zum Färbenz gegangen war. Unangemessenes Auftreten nannte die Frau Färbenz später, was dort geschehen war und der Begriff wurde weitergetragen. Schurls Mutter übersetzte es ihrem ältesten Sohn mit, frech ist halt geworden und hat sich beschwert, mit einer Anzeige und mit ihren Verbindungen hat es gedroht, aber da war nichts mehr zum Beschweren für so eine. Die Zeiten sind nämlich vorbei. Damals hatte Schurls Vater bereits begonnen, die Ziegel zu besorgen. Das war nicht leicht, er konnte sie recht eigentlich nicht bezahlen. Die größte Bestellung gab er bei einem Kirschensteiner Ziegelfabrikanten auf, so groß, dass es zum Streit zwischen den Eltern kam. Erst als der Großvater ins Haus trat, war Ruhe. Des is scho in Ordnung, sagte er zu seiner Schwiegertochter und du halt's Maul. Eines frühen Morgens stand der Ziegelfabrikant persönlich vor der Tür. Der kleine Schurls kam gerade aus dem Hühnerstall. Der Herr war so fein gekleidet, wie man es sich für Kirschenstein vorstellte und er bat höflich um das ausstehende Geld für die gelieferten Ziegel. Schurls Mutter wusste nicht, was tun. Doch als der Vater dazu kam, schmiss er einfach die Tür zu und schrie, der Herr solle im nächsten Monat wiederkommen, da würde er bezahlt werden. Und dazu lachte er. Es mochte ja sein, dachte der geflickte Schurl nun, drei Monate vor seinem 61. Geburtstag, dass das nicht ganz in Ordnung war, die alle einfach rausschmeißen. Aber so war die Zeit eben. Verboten war es nicht, eher ausdrücklich erwünscht. Aber die Rosmarins waren ihnen dankbar, dass sie die Bäume zu sich herüberholten. Das hatte Schurls Mutter später oft betont. Wer hätte sich drum kümmern sollen? Wenn nicht wir, dann ein anderer. Das konnte man schlecht abstreiten. Schurls Eltern aber wussten, wie man sie pflegen musste, denn sie hatten es jahrelang unter Aufsicht des rosmarinschen Gärtners getan. Ein Unglück, wenn ein Ungeübter sich daran vergriffen hätte, an den Aufbau und Erziehungsschnitten der jüngeren Bäume, am Rückschnitt der älteren und der Vermehrung der Weingartenpfirsiche. Wenn dieser Ungeübte die Wiese öfter gemäht hätte als zweimal im Jahr. Nach ein paar Jahren kamen Rosen von der anderen, der Parkseite, über die neue, weißgekalkte Mauer geklettert, als ob sie Sehnsucht nach ihren Obstbäumen hätten. Und so hatte die Kleinhäuslerkarte von Schurdles Familie, die im Lauf der Jahre auch dank der Obsteinkünfte Stück für Stück vergrößert wurde wie eine kindliche Sandburg, den riesigen ummauerten Obstgarten in ihrem Rücken dazubekommen, einen Hain, der in der Gegend seinesgleichen suchte. Früher war es anders herum gewesen. Da leuchtete die Rosmarinvilla nach vorne zur Reitschulgasse hinaus, dahinter lag der parkähnliche Garten, in dem vor Weihnachten die armen Kinder des Ortes mit Kleidung und Schuhen bedacht wurden und noch dahinter in der Tiefe des Raums wie verwunschen der Obstgarten, den die Frau Thea als junge Frau hatte anlegen lassen. Es war eine lange Blickachse aus den Fenstern der Villa über die Buchsbäume und Rosen bis hin zu den Äpfeln und Birnen den Zwetschgen und Mirabellen am hinteren Bildrand. Diese Raumtiefe gab es nicht mehr, denn da war die Mauer und der kleine Park war zerstört, neuerdings mit Waschbetonplatten belegt als Pausenauslauf für die Gehilfen der Steuerberater, die in der historischen Rosmarinvilla arbeiteten, gedankenlos stolz auf ihr seltenes Jugendstiljuwel. Die Achsen hatten sich wie alles andere auch damals um 180 Grad gedreht. So sah der gepflegte Schurdel die Welt natürlich nicht. Er sah nur seine Bäume, die er ein Leben lang gepflegt hatte, so gut er konnte und die er mehr liebte als seine Kinder und seine Frau. Eine innere Unruhe hatte ihn seit einiger Zeit befallen durch dieses Gerede von Gedenken und Trauern und Versöhnung, das es früher nicht gegeben hatte und das nichts Gutes bedeuten konnte. Ein unersetzlicher Verlust solle betrauert werden, das sagten die Politiker im Bedenkjahr, aber er hatte damals nichts verloren, sondern nur gewonnen. Dass etwas in Bewegung kommen müsse, sich lösen und verändern, wie diese vorlaute junge Malnitz dauernd predigte, das war ihm bedrohlich. Was wusste die denn? Wenn sich etwas bewegte, geschah nur, was immer geschehen war, denn Armen wurde genommen und die Reichen blieben reich. Ihm war die Welt recht, wie sie seit seinem zehnten Lebensjahr war, von den paar Kriegsjahren abgesehen. Endlich hatten sie ein Auskommen gehabt, endlich reichte es auch für den kleinsten Schreihals, meistens manchmal nur knapp, je nachdem, ob die bösen Spätfröste ausblieben und es genug regnete oder nicht. Der geflickte Schurl war gegen Bewegung, auch körperlich. Sein Rücken und seine Knie machten ihm seit Jahren zu schaffen. Aber jetzt bewegte sich sogar die Grenze. Er hatte es im Fernsehen gesehen, die piknickten da und dann rannten sie herüber wie die Hasen. Ein einziges Mal hatte er selbst sich bewegt, anders als die anderen und was hatte er davon gehabt? Ein zerschnittenes Gesicht. Die gezackten roten Narben, die seither wie ein Netz darüber liefen, hatten ihm den Spitznamen der Gepflickte eingetragen und der Name war auf seine Sippe über gegangen. Einer von den Gepflickten. So sprach man im Ort über sie, seine Geschwister, Kinder und Kindeskinder und vielleicht war es auch ein versteckter Kommentar zu der Sache mit der Mauer und dem Obstgarten. Er selbst dachte nur mehr selten daran, ebenso wenig wie an dem Tag, als man ihm das Gesicht in Fetzen geschnitten hatte. All diese Gedanken schob er üblicherweise weg wie die Krabbelfiecher, die auf ihn herunterfielen, wenn er in den Bäumen war. Die Frau Thea aber war eine angenehme Erinnerung, ein Bild wie aus einem Traum. Sie war schön und gütig und als sie ihm die gefütterten Stiefel gab, zog sie ein Tuch aus ihrer Tasche und wischte ihm den Rotz ab. Er schämte sich, das Tuch roch gut und es war weich. Er war noch keine sechs Jahre alt, die Stiefel trugen später alle seine Geschwister bis trug sie ein. Nur Wochen später begann der Bürgerkrieg und ihm war nicht bekannt, ob die Rosmarins ihre weihnachtliche Wohltätigkeit in den vier Jahren danach noch fortgeführt hatten, in dem von Eiszapfen schimmernden Park, wo die Kinder angestellt waren, in zitternden Reihen, wo sie knicksten und sich verbeugten, so wie es ihnen ihre Mütter eingeschärft hatten. Vielleicht war er deshalb in die Villa geschlichen, an den Tagen des Mauerbaus, in einer Arbeitspause weg und von hinten durch den Wintergarten in das Haus hinein. Er wusste, dass sie alle fort waren, dass er der königlichen Frau Thea nicht wieder begegnen und sie ihm nicht mehr die Nase putzen würde, aber eine kitzlige Neugier zog ihn hinein. Er sah Bilder und Figürchen und glänzend lackierte Möbel und bestickte Wandteppiche. Er hatte keine Worte verstand nicht, wofür das alles gut sein sollte. Ihr Bett hatte einen Vorhang mit Franzen. Er zog ihn zurück, aber da fuhr ihm der Horka wie ein kreischender Teufel entgegen und trug ihn am Schlafittel hinaus zum Vater, der ihm gab, was er verdiente. Der Horka sagte, wenn was fehlt, seid ihr dran, weil ihr kriegt es nur die Bäume, das muss schönlich, damit es dem Horka genügte. Der Frau Thea Rosmarin war ihre Wohltätigkeit in all den Jahrzehnten davor nicht vergolten worden. Zu Weihnachten verteilte sie warme Schuhe und Gewand unter den bedürftigen Kindern und selbstverständlich beschenkte sie im Sommer alle ihre Bediensteten, nicht nur die Hilfsgärtner und Erntehelfer mit Körben voller Obst. Sie hätte aber wohltätig und demütig zugleich sein müssen, die stolze Frau Rosmarin, als wäre das eine übliche, sinnvolle Kombination. Dass eine demütige Fabrikantin nicht erfolgreich und eine Erfolglose nicht freigiebig wäre, das ging den Dunkelblumen nicht ein. Vielleicht dachten sie auch nie darüber nach. Fest steht, dass Frau Thea zum Färbens bitten ging, als ihr irgendetwas von den neuen Bestimmungen unerfüllbar erschien, ob es der ruinöse Zwangsverkauf der Fabrik war, die kurze Frist, in der sie ihr zu Hause räumen sollten, oder das winzige bisschen Gepäck, das mitzunehmen ihnen gestattet war. Sie ging zu ihm und bat um Erleichterung, um Entgegenkommen, er gewährte es nicht, und da nannte sie ihn ein primitives Schwein, einen Schusterbuben, der halt eben auch nicht mehr sei, als ein primitives Schwein. Unangemessenes Verhalten, wie die Frau Färbenz später mit gespitzten Mündchen sagte, und darauf stand damals als Strafe der Horker. Dem Horker wurde also zugenickt und der Horker erledigte das. Der schlug auf Befehl ja alles, ob Mann oder Frau oder Kind, ob Wanderarbeiter oder Fabrikantin und kurz darauf verließen die Rosmarins allesamt den Ort mit dem, was von der stolzen Frau Thea noch übrig war, und als sie die Tür vorne raus zur Reitschulgasse schlossen, da begannen hinten Schurlsleute aufzumauern, Ziegelstein um Ziegelstein und holten die Obstbäume herüber zu sich. Was machst denn da, Opa? sagte sein Enkelsohn Carly, der auf einmal neben dem rauchenden Schurl stand, als dieser kurz vor seinem 61. Geburtstag mit Unruhe im Blut an seiner südwestlichen Grundstücksgrenze entlang patrouillierte. Carly würde bald 17 werden, sein ältester Enkel, ein wilder Bub mit schönen glatten Zügen. Schurl gab erst keine Antwort und ging weiter langsam entlang der rosenbedeckten Mauer auf und ab. Carly blieb neben ihm. Und als sie so gingen, da sagte der geflickte Schurl nach einer Weile, weist Carly diese alten Sachen aufreißen, das ist nicht recht, das ist eine Gefahr, das müssen wir verhindern, das geht auch gegen uns, da muss bald einer etwas tun. Carly nickte und seine Augen glänzten. Danke. Ja und Carly wird was tun. Carly hat dann ein paar Ideen. Carly hat dann ein paar Ideen, aber ist das, also es klingt so wie wie en passant, ein bisschen so, da trifft sich Onkel und Enkel, aber im Endeffekt wird klar, so wird eigentlich antisemitisches oder faschistoides Denken weiter tradiert. Ich würde nicht mal so hochgreifen. Also ich würde es nicht sofort, ich glaube es ist einfach Gewalt. Mich interessieren so Figuren wie der geflickte Schurl, weil der ja erst mal kein Täter ist, der ist ein Kind, als Familie diesen Obstgarten aneignet oder er ihnen zugeteilt wird und er ist wahrscheinlich einer von den allerärmsten und auch allerdümmsten in Dunkelblumen. Der hat nichts anderes, der kann Bäume schneiden. Aber je mehr die Jahre vergehen, desto klarer wird auch ihm, dass da irgendwas Unrecht war und das ist ja kein Zufall, dass es ja zum Beispiel auch wirklich war, dass diese Geschichten da in Rechnitz und an der Grenze über die 45er Verbrechen wirklich erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs so richtig hochgekommen sind. Wenn man da überhaupt wieder denken durfte, was davor war, bevor da dieser kalte Krieg sich darüber gesenkt hat, wie Mehltau. Und dann muss man ja noch historisch denken, 89, es war ein Jahr nach 88 und 88 war eben 50 Jahre Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland und das wurde in Österreich damals das erste Mal irgendwie groß begangen, in dem Sinn, dass man zwei Jahre vorher war Kurt Waldheim gewählt worden und der ganze aufgestaute Mist kam wirklich hoch. Also das war ja wirklich so ein schockartiger Moment, wo dann alles das, was vorher nicht besprochen wurde, plötzlich besprochen werden musste. Und daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, ich war damals im Gymnasium. Das heißt, da kommen mehrere Sachen gerade zusammen und dann reden die da im Gedenkjahr eben über Versöhnen und Erinnern und dann denken solche Leute wie der in einem Moment, das hat uns ja eigentlich gar nicht immer gehört. Und dass er sich dann sozusagen zusammenzieht innerlich und sich denkt, aber man wird mir doch jetzt am Ende meines Lebens nicht alles wegnehmen, was ich mir aufgebaut habe und sei es nur eine blöde Obst Plantage. Das ist alles, was der hat. Also ich habe vielleicht mehr Verständnis noch für ihn. Und das sind auch die Figuren, die mich interessieren. Die Erzbösen, die habe ich eher an den Rand gestellt. das sind auch Juden und die müssen auch gehen und die Frau Tüfer übergibt der Resi halt die Schlüssel. Die Resi fühlt sich gesehen. Die Resi ist das Begabteste von den Lehrlingen und von den Mädchen, die da arbeiten und sie kriegt den Schlüssel von der verehrten Frau Tüfer. Das heißt, die ist stolz, auserwählt und ich sage immer, ich glaube, weil ich weiß ja auch nicht alles über meine Romanfiguren. Ich glaube, wenn die Frau Tüfer 1945 zurückgekommen wäre, Gedankenspiel, sieben Jahre später, hätte die Resi den Schlüssel geholt und gesagt, Frau Tüfer, ich habe gut auf ihr Hotel aufgepasst. Schauen Sie, ist alles noch in Ordnung. So kommt aber niemand und niemand lässt sich hören und es vergehen die Jahrzehnte und die Resi steckt ihre ganze Energie, ihr ganzes Leben in dieses Hotel rein und dann kommt dieses Bedenkjahr 88. Ja, auch wir Österreicher haben ein paar Sachen gemacht mit den Nazis, arisiert und so weiter. Plötzlich denkt die Resi Reschen, wem gehört eigentlich mein Hotel? Und ich glaube, bei ihr ist es eher umgekehrt. Der Schurdel wird sein Unrecht eher bewusst mit dem Verlauf der Zeit und die Resi Reschen die glaubt jetzt wirklich, ihr Hotel ist und wird sozusagen jetzt erst zur Antisemitin. Also kurz gesagt, genau das sind die Versuche dieses Romans immer an die Leute so scharf zu stellen, dass man ihre Motive versteht. Aber ein großes Motiv scheint zu sein, sowohl auf den drei ersten Seiten, die du gelesen hast, wie auch jetzt, ist diese Profitorientiertheit. Also wo man wirklich denkt, dass in dem Moment, wo es um Geld geht, also je mehr es um Geld geht, sagen wir mal, desto größer wird auch das Inhumane. Also würde das so unterschwellig mitspielen? Ich habe natürlich auch Götz Ali gelesen. Also das Ökonomische war ein Antrieb dafür, dass so viele mitgemacht haben, auch wenn sie keine Juden persönlich abgeholt und ins KZ gebracht haben, haben sie doch sehr gern die große Wohnung genommen oder das Kunstwerk oder die Bibliothek. Das ist leider eine menschliche Konstante. Überall wird schnell geplündert, wenn es möglich ist. Und vor allem es gibt ja sogar diesen noch vertreteren menschlichen Aspekt, wenn man glaubt, man kann sogar was Gutes tun. So wie hier, es muss ja jemand, der sich auskennt, um diese Obstbäume kümmern. Auch das stimmt. Aber das wäre eine ähnliche Rechtfertigung, wie Risi sagen würde, ich habe doch für dieses Hotel gesorgt. Genau, diese CDU-Leute da vor zwei Jahren in Deutschland haben auch gesagt, wir brauchten Masken. Wir haben halt ein bisschen mitgeschnitten, aber gebraucht haben wir die Masken. Das ist so, wo der Mensch hingreifen kann, wird das tun. Nicht jeder von uns, aber doch viele. Und es gibt also diese Angst, die da jetzt herrscht, vielleicht müsste man das kurz thematisieren, da gibt es ja ganz verschiedene Aspekte, die plötzlich in diesem Roman auftauchen. Zum einen taucht ein Fremder auf und der fängt an zu recherchieren, hat offensichtlich schon in anderen Ortschaften Gräber gefunden, also das ist das eine, was Angst macht. Dann gibt es Studenten aus Wien, die wollen einen zugewachsenen, wirklich massiv zugewachsenen jüdischen Friedhof wieder freilegen. Und dann kommt noch, und das finde ich auch eine lustige Geschichte mit drin, dann kommt das Wasser mit hinein. Also diese Wassergeschichte stammt auch aus dem historischen Material. Man glaubt ja gar nicht, was man alles am brauchbaren findet, wenn man als Schriftsteller mal wirklich zu wühlen beginnt. Also ist es meins? Nein. Das ist der Horror, den ich habe, dass es mein Handy ist. Diese Wassergeschichte, die stimmt auch, die hat es tatsächlich in Rechnitz gegeben, nur zehn Jahre früher. Also das ein Ort, man denkt heute, das ist eigentlich ein Phänomen der Jetzt-Zeit mit Klimakrise und Wasserknappheit, aber sowas hat es auch schon in den 70er Jahren gegeben. Es gibt kein im Sommer wird das Wasser knapp, vor allem auch in Orten mit Landwirtschaft und Bewässerung und dann gibt es zwei Möglichkeiten, also damals im ländlichen Österreich gab es zwei Möglichkeiten, man schließt sich entweder an den Wasserverband an, dann wird eine große Wasserleitung und bezahlt als Kommune oder man organisiert das alternativ, das war damals schon noch eine ziemlich versponnene Idee, sozusagen frühe Formen von grünen Politikern, die sagen, wir haben genug Wasser, wir müssen es noch besser nützen, wir haben noch ein paar Quellen, die müssen wir verfügbar machen, wir müssen die besser verbinden, die ganzen Wasser, so, und das stimmt wirklich für Rechnitz, und jetzt diese Vorstellung, da gibt es ein Massengrab, von dem niemand mehr spricht, das alle vergessen haben, und dann fangen sie an, nach Wasser zu graben, das ist ein irrer Gedanke, und wie gesagt, er ist aus dem historischen Material, ich habe es nur verlegt in das 89er Jahr, also die, die, nix wissen, suchen emsig nach Wasserquellen und stoßen dann eben auf ein was wirklich das Faszinierende für mich auch an diesem Roman ist, er ist so facettenreich, man hat auf der anderen Seite natürlich diesen Link zur Historie, man hat wenn man so will auch dieses Engagement der Aufarbeitung was mit drinsteckt, der Roman hat unfassbar viel Humor auch und der Stil ist ganz wunderbar und er ist auch noch spannend dazu, also man kann natürlich nicht sagen es ist ein Krimi, aber er arbeitet durchaus mit Momenten einer kriminalistischen Erzählung oder? Ja das stimmt und das ist auch das erste Mal dass ich sowas gemacht habe oder dass ich sowas gekonnt habe also ich weiß nicht das wird ja wahrscheinlich auch so gehen man lernt ja als Schriftsteller mit allem was man schreibt wieder was Neues oder man probiert was Neues aus und in diesem Lockdown der Pandemie habe ich so viel Netflix geschaut indem man früh genug reinschneidet mit was ganz anderem weitermacht und dann geht es da wieder weiter also diese sozusagen ich sehe das immer so wie vielfarbige Fäden die dann so aufgenommen werden und ja also es gibt schon in dem Roman für den Leser einiges zu puzzeln aber ich glaube die meisten Sachen werden am Schluss doch geklärt also es gibt ich habe schon gemerkt nicht alle erwischen alle Details aber das muss man auch nicht um sozusagen zu Ende zu kommen aber es gibt natürlich also es gibt die großen Sachen wie diese Flocke die Malnitz das ist eine dieser jungen nicht Studenten sondern die lebt eigentlich noch vor Ort aber die hat auch Interesse daran Sachen aufzuarbeiten die plädiert dafür dass es ein Museum ein Grenzmuseum geben wird und so weiter aber was die Details anbelangt und das ich liebe sowas muss ich ganz ehrlich sagen das sind ja wirklich da gibt es das muss ich Ihnen ganz kurz erzählen da gibt es zum Beispiel einen einen Krämerladen Herr Grün arbeitet da und dessen Klingel geht nicht und dann kommt irgendjemand und sagt ja da kann ich mal gucken was das ist und dann ist was in dieser Klingel oben reingestopft irgendeine Masse und der schabt das dann weg und raus kommt irgend so was komisches was so kegelartig ist und so und das vergisst man als Leser auch wieder dann wird dieser Tote gefunden irgendwann beim Graben aber das hat auch seine Gründe warum da plötzlich gegraben wird und dann wird ein Toter gefunden und dem fehlt eine Hand das ist ein Toter höchstwahrscheinlich ein Soldat von 45 und dem fehlt eine Hand und später wenn dieser Kali überführt wird mit seinen Missetaten steht in seinem Zimmer eine 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 präparierte Hand wobei man nicht weiß ob es die wirklich ist die dem fehlt natürlich aber man assoziiert das und erstaunlicherweise fehlt dieser Hand am kleinen Finger das letzte Glied und in dem Moment denkt man klar die Klingel du hast wirklich gut aufgepasst und solche Sachen davon ist das voll und das finde ich das ist die dritte Ebene so was ist natürlich super also finde ich großartig man kann das man ja völlig richtig deduziert aber es wird nicht gesagt dass das ist und was eben diese Spannungsmomente anbelangt die Flocke verschwindet irgendwann und natürlich denkt man wo ist die denn jetzt weil die hat ja recherchiert und dann kommen so Momente rein die taucht dann wieder auf und dann kommen Momente rein da ist auch eine andere wirklich interessante Figur und dessen Mutter ist plötzlich gestorben die ist gerade Mitte 60 oder so und auch die hat an der Ortschronik da mitgearbeitet und natürlich fragt man sich dann und das wird auch thematisiert man soll selbst auch ein bisschen paranoid werden hat geklappt ja also das sind wirklich die Momente die ja die einen also ich meine das ganze Buch packt einen aber das sind so nochmal so diese die I-Tüpfelchens dabei was anderes ich habe gerade gesagt es ist sehr humorvoll es ist sehr viel Ironie bis hin zum Sarkasmus vielleicht und das ist ja auch etwas was was interessant ist dieser Ton den muss man ja auch erstmal treffen weil es ist ein sehr ernstes Thema und dann so damit umzugehen war das von Anfang an klar dass man so mit umgeht und die zweite Sache auch wie hast du das aufgenommen es gab ja Kritiker die dir genau das vorgeworfen haben ja aber das sind immer dieselben Kritiker die haben mir das schon bei Vienna vorgeworfen ja und seit diese Kritiker also ich kann es jetzt so ich könnte es jetzt namentlich nennen wir wissen alle schriftsteller sind super super empfindliche wesen seit alle dieselben Kritiker die das an dunkelblumen kritisiert haben alle miteinander jasmina resa verrissen haben bin ich zufrieden die verstehen das einfach nicht es gibt offenbar einen Typus des nicht jüdischen männlichen Kritikers in deutschland der eine ganz bestimmte humor der in wirklichkeit über dem abgrund lacht nicht versteht und wenn man das nicht versteht dann kann man das buch nur irgendwie blöd finden das kann sogar ich verstehen wenn einem dieses sinnesorgan fehlt es nicht kapiert wie ich das ich habe ein Lieblingsbuch ein ewiges Lieblingsbuch ich habe viele Lieblingsbücher aber eines meiner absolut ewigen Lieblingsbücher ist ein ziemlich unbekannter Roman der aber verfügbar ist von Ulrich Becher Murmeljagd ich weiß nicht ob du das Buch kennst der echte Leser und ich habe mich das erste Mal mit 19 gelesen den hat mir damals mein Bruder empfohlen dem ich viele meiner Lieblingsbücher verdanke und ich habe den immer und immer wieder gelesen ich habe oft über den geschrieben jetzt auch das Nachwort in der neuen Ausgabe und ich habe mich irgendwann mal gefragt warum gefällt mir das Buch eigentlich so weil das Buch hat auch Schwächen also große Schwächen die letzten 100 Zeiten kann man streichen es ist es ist so ein anders ja würde er natürlich anders sein Gott hab ihn selig aber dieses Buch fasziniert mich glaube ich nicht nur wegen seiner brillanten filmischen Szenen das Buch ist ja eigentlich ein Film da passieren Szenen die vergisst man nie wieder wenn man sie einmal gelesen hat aber was mir gefällt und da bin ich erst in den letzten zehn Jahren so drauf gekommen der Sarkasmus mit dem man über die Nazitäter schreibt und dem es irgendwie gelingt man muss sehr viel lachen und gleichzeitig ist es total gruselig dieses Buch also Murmeljagd jetzt und die Nazis werden moralisch demontiert total funktioniert finde ich und die ich sonst in der deutschen Literatur nicht kenne und irgendwie wollte ich so in die Richtung von diesem Vorbild gehen so dass man man soll lachen und weinen und die Nazis sollen am Schluss verloren haben so wie sie sie am Schluss auch haben aber auf Kosten all dieser Millionen Toten trotzdem ist das glaube ich ein ernstes Buch und ich glaube die besten ernsten Bücher sind die über die man auch lachen kann aber ich kann nicht anders schreiben ich kann es wirklich nicht ich kann mir vorzustellen ich gehe da jetzt und mache sozusagen Weihrauch schwenkend ein ernstes Buch total ernst das passt einfach nicht zu mir aber vielleicht macht es auch das Ganze erträglich ja natürlich das Ganze macht es erträglich und das ist eben auch eben diese Konzentration auf die ambivalenten Figuren wie die Resi Reschen oder den Schurdel den Horker der interessiert mich nicht der interessiert mich auch als Autorin nicht weil der ich glaube wirklich dass es solche Menschen gibt dass man da zwar als Sozialarbeiter oder als Therapeut viel darüber nachdenken kann aber nicht das schrift also jedenfalls nicht ich ja gleichzeitig sind da ein paar Dinge ich habe mich immer schon für Gruppendynamik interessiert ein paar Dinge sind glaube ich allgemein menschlich und treffen nicht nur auf die Nazizeit zu zum Beispiel dass du sehr wenige brauchst die wirklich wild entschlossen sind dann kannst du eine große Gruppe von Menschen terrorisieren und unter deine Kontrolle bringen also zwei mit Waffen in einer Bank 50 Leute legen sich auf den Boden das ist einfach so es gibt dann immer wieder die andere Geschichte wie das vierte Flugzeug am 11. September die mich auch weiterhin fasziniert wo dann die Passagiere aufgestanden sind und gesagt haben so nicht und dieses Flugzeug ist nicht ins Pentagon gefallen sondern einfach ins Feld also diese beiden Möglichkeiten sind immer wenn Menschen in einer Gruppe agieren sind beide vorhanden und deswegen interessiert mich der Böse nicht der ist da und schüchtert alle ein aber was die einzelnen ambivalenten Figuren dann machen und wie sie mit dem was passiert ist weiterleben das ist das Ziel des Romans du hast gerade gesagt dieser dynamische Prozess es sind ja wahnsinnig viele Figuren im Endeffekt ich habe mir auch gedacht im Endeffekt ist das kollektiv die Hauptfigur und nicht die einzelnen die einzelnen kommen immer dann ins Spiel als diejenigen die Sachen aufarbeiten wollen das ist dann Flocke das ist diese Martha oder das ist der Fremde der reinkommt aber die anderen die werden natürlich als Individuen beschrieben aber was die Mechanismen anbelangt ist es immer ein Kollektiv ja das stimmt aber es ist auch manchmal manchmal stellt es auch scharf auf die Momente wo jemand etwas hätte sagen können und es aus bestimmten Motiven nicht getan hat oder der alte Grauen der ist eine historische auch der Fairbanks also das sind ein paar die wirklich nach der Geschichte geschrieben sind ungefähr der will der hat bei Massaker die Waffen ausgegeben und der wollte offenbar dann ein Jahr später der Österreich war inzwischen besetzt auspacken und wird im Wald nicht nur erschossen sondern auch noch verbrannt der Fall ist wahr ob der wirklich auspacken wollte oder ob das die Gerüchte ausrechnet sind sei dahingestellt einen ganzen Ort terrorisiert und dazu führt dass sie dann eben weitere 20 Jahre die Klappe halten das ist glaube ich offensichtlich aber es ist eine einzelne Tat aber im Endeffekt steht was anderes dahinter das ist ja auch bei dem zerschnittenen genauso der Fall ich meine das waren vielleicht zur Aufklärung nochmal all diese Täter die tatsächlich geschossen haben diese SS-Männer die sind nicht gefasst worden aber verurteilt wurden zumindest im Buch in Dunkelblum einige Hitlerjungen die waren 16 die sind aus den Betten gerufen worden um diese halb verhungerten und kranken Zwangsarbeiter irgendwo hinzuführen und dann sind sie wieder weggeschickt worden die sind alle verurteilt worden das ist auch historisch akkurat dieser Fall das ist dort schützen das ist das andere Massaker das aufgeklärt wurde viel früher da gibt es einen Film über diese Hitlerjungen das habe ich wirklich es ist zusammengebaut aus lauter richtigen Warenteilen und es gibt du hast den Fairbanks jetzt erwähnt das ist ja auch eine interessante Figur im Endeffekt hat der die Fäden alle in der Hand das ist der war Gauleiter damals das weiß jeder und trotzdem ist er jetzt eine angesehene Person und der macht sehr viel Gutes jetzt wird auf der spendet und alles hilft den mit den Baugenehmigungen und genau so Klümmel würde man in Köln sagen ja genau und Wohltäter so ein sozialer Wohltäter und bei dem ist ja interessant am Schluss gibt er dieser Martha die eine der Studentin ist die immer alles filmt ein Interview und erzählt halt so aus dem Nähkästchen und dann wird das aber im Fernsehen ausgestrahlt und dann kommt dieser interessante Satz dass der Arzt der Stärkowitz der sitzt vorm Fernsehen und alle sind ziemlich geschockt und er sagt also der sagt doch nichts anderes als sonst auch immer im Stammtisch und so weiter aber jetzt habe ich es kapiert der Kasten macht alles schlimm ja eben weil es vom Fernsehen übertragen wird ich glaube das geht uns auch allen so wenn wir es runterbrechen von der Nazi Geschichte jeder von uns hat irgendeinen peinlichen Opa Onkel Verwandten jemanden der schreckliche Sachen heute hat schon jeder einen Corona Leugner in seiner Familie und wenn man das zu Hause kennt dann kann man das irgendwie abmoderieren oder man holt dann wieder Kuchen und sagt sollen wir ein bisschen Musik hören aber jetzt stellen man sich mal vor jeder für sich den einen peinlichen Verwandten dass der im Fernsehen kommt und das erzählt ja es ist eine völlig andere Situation aber auf der anderen Seite macht Literatur nicht genau das gleiche ja genau die Literatur macht genau das im positiven Sinne wenn man so will obwohl das andere ist ja auch nicht negativ das ist ja schon auch wenn man also selbst entlarvung genau ja ich denke wir sollten noch eine Passage lesen ich könnte wir haben zwar was anderes ausgemacht aber ich habe auch eine Passage mit diesem Interview die könnte ich auch lesen dann muss ich mir neue Fragen ausdenken das war jetzt ein Witz ich werde schon fähig sein noch nein nur weil du es erwähnt hast dieses Nazi auf der anderen Seite ist das ein bisschen unappetitlich ich lese ich lese die ich lese die vorbereitete stelle vor wie gesagt Sommer 89 auch das ist übrigens war warum kann ich dann nachher erzählen also warum ich das weiß fast eine Zirkusnummer von Heuraffel Berneck und Co war die Geschichte wie sie den Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik die direkt hinter der Grenze seit Tagen zu einem diplomatischen Problem anschwollen zur Flucht verhalfen oder besser gesagt wie sie mit der Unerschrockenheit von wahrhaft Einheimischen die sich also von ihrem Staat ausreichend geschützt fühlen die Ostdeutschen einfach herüber winkten ohne dabei die ungarischen Grenze in Rage zu bringen sie gingen dabei mit so frecher Lässigkeit vor dass die Ungarn nicht zu schießen brauchten jedenfalls nicht um ihre Ehre wiederher zu stellen die in die Jahre gekommene Dunkelblum Gang war ursprünglich nur aus Neugier an die Grenze gefahren sie hatten ein paar ihrer Söhne Enkel und Neffen mitgebracht und ihre Schaulustigkeit war deutlich schadenfroh grundiert Narzistes der Ostblock zerfällt jener Ostblock der bisher andauernden Schrecken und Bedrohung bedeutet hatte besonders hier wo die Menschen seit Jahrzehnten buchstäblich mit dem Rücken zur kommunistischen Wand standen da standen sie und schauten und drüben jenseits des betonierten Niemandslandes das zwischen dem österreichischen und dem ungarischen Grenzhäuschen lag schauten Menschen mit komischen Frisuren sehnsüchtig zurück die meisten die sich da drüben drängten waren jung es waren viele Familien darunter Eltern trugen Kinder auf dem Arm oder hielten sie an der Hand und diese Kinder waren vermutlich der Grund warum sie nicht einfach los rannten die Situation schien auf eine unbefriedigende Weise gestockt der Lauf in die Freiheit jäh abgebremst und das kitzelte den Spieltrieb der Hiesigen die ja nichts zu verlieren hatten die ungarischen Grenzer liefen angespannt hinter ihren Balken hin und her ihre Holster so klar erkennbar wie ihre Minderzahl Autos aus dem Grenzgebiet wurden seit Tagen nicht mehr abgefertigt in keine Richtung um in diesen Tagen hinüber zu gelangen hätte man von Dunkelblum aus weit hinauf in den Norden an einen größeren Grenzübergang fahren müssen der ungarische Balken blieb zu die vom Brudervolk der Ostdeutschen stumm belagerten ungarischen Grenzer warteten dringend auf telefonische Anweisungen und bekamen keine die Heuraffel Zwillinge gingen zu Fuß an den ersten Balken und plauderten mit den österreichischen Beamten man kannte sich ja und wenn wir uns ein paar von denen herüberholen fragte der eine Heuraffel während er dem Grenzer eine Zigarette anbot wenn wir sagen wir kennen die wir haben die eingeladen der Grenzer nahm sich auch Feuer schwer zu sagen antwortete er beim Picknick ist nichts passiert aber vor ein paar Tagen erst haben sie einen erschossen aber das war nicht unsere hier sagte der Heuraffel und es war mitten in der Nacht naja sagte der Grenzer wissen tut man es halt nie haben die noch um vier Ablöse fragte der Heuraffel wie gewohnt der Grenzer nickte und so fuhren sie noch einmal weg die Heuraffels und ihre Haberer und holten von zu Hause die größten verfügbaren Fahrzeuge mit Ladeflächen oder Anhängern und sogar einen VW-Bus kurz vor vier kamen sie damit wieder Punkt vier würden die ungarischen Grenzer geschlossen in die Baracke marschieren in der die Wachablöse stattfand die Fahrzeuge der nächsten Schicht näherten sich bereits von der Ferne die Sache hatte immer ungefähr eine Viertelstunde gedauert und selbst an diesem Tag schien niemand etwas beschleunigen zu wollen vielleicht hofften die Ungarn auf die konservierende Wirkung des Rituals na jetzt schau mal sagten die Heuraffels warfen ihre halbgerauchten Chick aus den Autofenstern nickten einander zu stiegen aus und gingen den österreichischen Grenzbalken hinter sich lassend näher auf die ungarische Seite zu dort begannen sie zu winken mit beiden Armen in großen Kreisen wie die Windmühlen die es traditionell in der ungarischen Tiefebene gab kumts umme schrien sie im Dialekt kumts umme hier herüben ist Österreich und dann schrien auch die anderen der Bernek der junge Grauen und der geflickte Schurl und dessen Enkel der aufgeweckte Carli sie winkten und wackelten kumts umme kumts umme und ein Schauer lief durch den gedrängten Block aus Menschen auf der anderen Seite wie ein einziger großer Körper gerieten sie in Bewegung rückten geräuschlos in Richtung Balken vor sich vorsichtig nach den Grenzern umblickend doch die gingen weiter auf ihre Wachablöse Baracke zu und wirkten mit einem Mal wie Zinnsoldaten die mutigsten drangen das Zwischenreich zwischen den beiden Ländern vor auf die Betonfläche die neutral in der September Sonne lag und begannen zu rennen der Block verflüssigte sich na schau her murmelte der geflickte Schurdel befriedigt geht doch binnen anderthalb Minuten kamen die Ostdeutschen herüber alle die da gewartet hatten etwas mehr als 100 Menschen fast so stumm elegant und kollisionsfrei wie ein Fisch oder Vogelschwarm der spektakulär die Richtung wechselt nur einmal quer über diese Betonfläche an deren Stelle vor genau 43 Jahren ein Toter von Elisa Goldmann falsch identifizierter Zeuge gelegen war und schon hatten sie ihr politisches System überwunden schon machten sie rüber schon ließen sie mit ein paar Schritten alles zurück selbst ihre teuren so lange erwarteten Trabis jenseits der österreichischen Grenze jubelten die ersten aber manche brachen auch in Tränen aus als sich die Anspannung löste sie erkletterten die Ladeflächen der landwirtschaftlichen Fahrzeuge bestiegen die Anhänger mit diesem provisorischen Fahrdienst wurden sie in mehreren Tranchen nach Dunkelblum gebracht genau wie vor 44 einhalb Jahren die Zwangsarbeiter aus dem Schloss in den Wald gebracht worden waren ängstlich bewacht von denselben die diesmal die Retter waren aber daran dachte an diesem frohen Tag niemand als freundliche tatkräftige chauffeure teilten sie sich die flüchtlinge untereinander auf die heuraffels der berneck und der geflickte schurl schließlich hatten sie alle auf ihren höfen ein paar fremden zimmer oder es gab verwandte und bekannte die welche feil boten erst als ihre zimmer voll belegt waren stellten sie die restlichen menschen auf dem hauptplatz vor dem hotel tüffer ab und steckten der resi reschen was sie herausgefunden hatten denen gibst morgen einfache rechnung mit das wird dann von der deutschen botschaft überwiesen morgen fragte resi misstrauisch was ist morgen morgen kommen die busse vom genscher jubelte berneck und sobald die alle weg sind fahren wir an die grenze und holen uns neue und so geschah es denn die bonner vertretungen im ausland arbeiteten in diesem herbst so effizient und unbürokratisch wie nie zuvor da kannst nix sagen sagten die eilfertigen ersthelfer zufrieden zueinander bei dem biefkes läuft halt immer alles wie geschmiert natürlich schlugen sie auf sie berechneten 10 20 oder sogar 25 schilling mehr als den üblichen preis für zimmer mit frühstück die armen teufel mussten es ja die pensionswirtinnen traditionell waren die frauen für die fremden zimmer zuständig fühlten sich beim schreiben der rechnungen schon ein bisschen schummrig aber man hat halt auch dauernd müssen die bettwäsche waschen rechtfertigten sie sich jeden tag sie die selbst nie gereist und also in gnädiger unkenntnis der internationalen übernachtungspreise waren erfuhren niemals dass ihr aufschlag niemandem wehtat oder auch nur auffiel der aufschlag für den sich die eine oder andere dunkelblumerin insgeheim ein wenig genierte zählte in dieser ausnahmesituation nicht mehr als der sprichwörtliche als der fliegenschiss auf dem sprichwörtlichen chinesischen reissack die scham aber war mehr als gerecht dankeschön ja auch hier geht es wieder um profit also dann denkt man echt erst die helfen flüchtlingen und dann tun sie auch ja ja sie tun das aber die heurafels haben dann natürlich wieder sagen wir mal das händchen dafür alles was wir selbst als gut empfinden würden in so einen unangenehmen brei hinein zu ja aber sie haben sich wahrscheinlich gedacht die deutsche Wirtschaft zahlt das ja natürlich haben sie nicht ich habe vor kurzem wieder die biografie von Bruno Kreisky gelesen und einiges zu ihm und habe den schönen Satz gefunden drei Jahre nach seiner Kanzlerschaft er war schon alt und krank und schlecht gelaunt drei Jahre vor seinem Tod kann man auch sagen da hat er gesagt man muss ja nachdenken wie man dem Land wieder den Genierer zurückgibt den es nie gehabt hat und das Bruno Kreisky über Österreich finde ich ist weiterhin sprechend aber wie gesagt die Menschen sind so es gibt ja auch immer ein paar andere aber in der Gruppe wenn es was zu holen gibt dann holt man es also das ist auch wirklich kein Spezifikum der Österreicher das ist so das ist eine menschliche Anlage vielleicht noch ein Wort weil ich den vorhin erwähnt habe zu diesem Lovetz der da hinkommt das ist ja auch deshalb eine interessante Figur weil das einer derjenigen ist der irgendwann ausgewandert ist der wollte nicht mehr da bleiben man weiß nicht genau warum er hatte so ein ungutes Gefühl es wird also nicht klar gesagt warum und als seine Mutter stirbt kommt er und er will eigentlich nur das Haus verkaufen und dann fängt aber auch so ein Prozess an als würde diese regionale Identität plötzlich keimen und er kommt nicht mehr weg und das ist ja auch ein interessantes Phänomen dass man auch bei Dunkelblumen das Gefühl hat selbst die Leute die weg gehen könnten sie tun es nicht zum Beispiel der der grün der krämer der ja auch damals 38 gehen musste brutal vertrieben wurde der kommt zum Beispiel irgendwann wieder und mietet sich irgendwo ein und irgendwann wenn dieser hochgar wirklich das personifizierte böse gehen muss dann dann entsteht er sein eigenes Haus ja also da wo man sich auch fragt was was geht den menschen vor eigentlich eben was diese regionale identität was verhaftet die da ja das kann ja das kann ich auch nicht beantworten aber der der lebensmittelhändler der antal grün hat auch ein historisches vorbild von dem sehr sehr also man muss dazu vielleicht sagen dass es im burgenland eine große jüdische minderheit gegeben hat über 300 jahre lang das hat was damit zu tun dass immer wenn pogrome in wien waren sind die juden geflüchtet in alle möglichen richtungen aber dort waren diese beiden komitate der esterhase und der batjane also die ungarischen herrschaften und die haben die immer genommen also die waren irgendwie entweder ich habe das an einer stelle geschrieben entweder sie waren liberaler oder sie haben einfach mehr geld gebraucht weil von den juden hat man sich ja auch immer geliehen in diesen fürstentümern und ist ja alles bekannt das heißt im burgenland hat es eine sehr stabile und relativ große jüdische minderheit gegeben und der rest der österreichischen juden speaking of 1938 hat ja in den städten gelebt nur im burgenland nicht das führt dazu dass ich in der zeithistorischen forschung auf so einen satz gestoßen bin wie im burgenland war die vertreibung der österreichischen juden ganz besonders schnell und ganz besonders brutal und was jetzt wieder rechnitz und die umliegenden orte betrifft es gab vereinzelte juden die zurückgekommen sind die meisten waren vertrieben sind nie wieder gekommen umgebracht sonst was aber ein zwei hat es gegeben und es hat tatsächlich den lebensmittelhändler in rechnitz gegeben der wieder zurückgekommen ist ich weiß nichts über den sonst aber ich habe ihn sozusagen hier erfunden aber den einen hat es gegeben der zurückgekommen ist und diese sätze habe ich in meiner kindheit öfter gehört von ich bin ja zum teil in so einem rückkehrer und remigranten milieu aufgewachsen durch meinen jüdischen vater diese sätze wie ich war in israel aber da war es mir zu heiß oder ich war in amerika aber deutsch kann ich besser ja also es gibt natürlich immer wieder individuelle auch irgendwie herzergreifende gründe warum man da nicht weggekommen ist oder wieder zurückgekehrt ist das das ganze also das borgenland das macht ja die grenze zu ungarn und ich weiß dass du dich eigentlich auch früher schon für das besonderes verhältnis zu grenzen hast wenn man so will ja aber das interessante an dieser grenze ist ja dass es die gab es ja nie genau genau mein besonderes verhältnis zu grenzen kommt exakt von dieser grenze weil ich an ihr aufgewachsen bin also das ist wenn man die lokalen verhältnisse nicht kennt wenn man als kind in den 70er jahren wie ich in wien aufgewachsen bin wenn man zum baden gefahren ist ist man an den neusiedlersee gefahren von da konnte man mit freiem auge den den eisernen vorhang sehen die wachtürme waren nicht weit genug weg als dass man nicht diese menschen mit den maschinen gewähren die hat man oben gesehen mit freiem auge also es war klein aber man konnte es sehen die grenze hat es nicht gegeben das ist mir auch erst jetzt mit der recherche für dunkelblumen weil ich ja immer weiter zurückgegangen bin um zu verstehen was die historischen bedingungen dieser landschaft sind die hat es nicht gegeben im gegenteil es war ein riesengroßes gebiet namens deutsch-westungarn und es war die kornkammer wiens also wenn wir von der kaiserstadt und residenzstadt wien sprechen wo es ja auch in der monarchie ganz viele und hafer für die pferde kam von da das geht der weizen und der rocken das kam alles von da und deswegen gab es in wien im winter 1918 nach dem ersten weltkrieg so eine verheerende hungersnot an der wirklich viele menschen gestorben sind weil plötzlich wien nicht mehr an seine vorräte gekommen ist weil die plötzlich zu einem anderen land gehört haben nämlich zu ungarn das war mir auch alles nicht klar und was mir aber schon vorher klar war weil ich eben viel auch über andere grenzen journalistisch gearbeitet habe wo man eine grenze macht gibt es ärger also grenzen machen immer nur ärger wo es und wenn es eine nicht gegeben hat und dann kommt sie hin dann ist der ärger gleich zehnmal so groß und das jetzt nun an dieser Grenze ausgerechnet noch nachher der der eiserne Vorhang also 45 bleibt diese Grenze und dann kommt der eiserne Vorhang dahin also praktisch ab 48 wurde es wirklich zugeriegelt und dann geht der dort wieder als erstes auf und dann ist noch zehn Jahre später da bin jetzt schon ich dabei als handelnde Journalistin noch zehn Jahre später also 89 geht die Grenze auf und ein paar Jahre später stellen die Österreicher ihrerseits dort wieder Soldaten hin weil nämlich jetzt zu viele Flüchtlinge kommen aus Afghanistan Irak Iran China also alles was da sozusagen aus dem Osten kommt läuft über die grüne Grenze von Ungarn in die EU hinein damals war dort die Schengen Ost Grenze also je länger man recherchiert desto irrer wird man oder desto faszinierender wird das auch diese Schichtung von Geschichte die genau in diesem komischen kleinen abgelegenen Burgenland sich ereignet hat als wäre es der Mittelpunkt Europas als wäre es der Mittelpunkt Europas wenn man da heute hinfährt das ist Nowhereland da gibt es nur Hügel und ab und zu gibt es Hügel und dann gibt es viele gute Weinbauern da ist nichts ja ich denke wir müssen langsam zum Schluss kommen ich würde dich bitten noch die letzten paar Seiten des Romans zu lesen genau für alle die das Buch nicht kennen auf den letzten zweieinhalb Seiten wird nichts gespoilert alles was sie da schon zusammengesetzt haben müssen so wie das Ghi vorher gesagt hat haben sie bis dahin schon zusammengesetzt oder eben nicht aber der letzte der absolut letzte die letzten zwei Seiten lese ich deswegen gern vor wenn ich an demselben Abend so wie heute auch den Anfang vorgelesen habe weil es miteinander korrespondiert nach dem Gespräch mit dem feinen alten Dr. Sterkowitz zog es den Faludi Bauern wie an einer Schnur in die Kirche seit langer Zeit war er es gewohnt auf solche Rufe zu achten er lebte im harmonischen Einklang mit den Kräften der Natur die nicht alle gleichermaßen zu messen und zu erklären waren als er merkte wohin seine Schritte lenkten nickte er im Einverständnis er war lange nicht einfach so in der Kirche gewesen und welche Kraft oder Macht immer in Darumbat sie hatte recht leere Kirchen waren Kathedralen der Besinnung vergleichbar nur mit dem Wald bei Sonnenaufgang der Geist konnte schweifen und schwingen der eigene sowieso aber es war auch möglich andere Schwingungen aufzunehmen sogar Stimmen von früher sich leer und rein machen nichts erwarten nur offen und freundlich empfangen was einem beschieden war so sollte man nach Auffassung des Faludi Bauern Kirchen betreten dann war man geborgen in Gottes Haus und Hand wer sich nur am Sonntag dazu zwang inmitten der zischelnden murmelnden Gemeinde dem Ritus zu folgen dem entging etwas auch wenn die anderen bei der Andacht oder beim Lauschen der Predigt allesamt still waren das Getöse der Gefühle und Gedanken all dies gestaute Gemenschel rauschte über die Köpfe dahin und drückte einem auf die Schläfen die leere oder fast leere Kirche dagegen bot spirituelle Erholung ein Bad in Licht und Raum er umrundete im Eingangsbereich die Marmorplatten unter denen ein paar Grafen Dunkelblumen beerdigt lagen außerdem ein Bischof er hatte vor sich mittendrin in eine der Bänke zu setzen und die Stille auf sich wirken zu lassen aber es zog ihn weiter bis vorne vor das Altarbild mit dem letzten Abendmahl da saßen die Apostel und aßen sie becherten den roten und den weißen Wein nicht anders als die Dunkelblume waren sie sich im Klaren dass schon am nächsten Tag alles vorbei sein würde manche ahnten es wohl die anderen feierten als gäbe es weder ein Morgen noch später ein jüngstes Gericht an der Seite stand ein Mann er war gerade hereingekommen blass und verstört schaute er auf Jesus der sich bereits erhoben hatte dieser Mann war Judas natürlich aber er sah gar nicht böse aus nur unendlich verzweifelt unter seiner Kutte war ein Stück vom Pferdehuf zu erkennen sowie ein kleines bisschen borstiges Bein und hinter ihm standen die berühmten gefiederten Teufelchen kleiner als Kinder aber in hübschen Wämsern und mit nackten menschlichen Gesichtern trotz all der Federn und der Hörner der Verräter schien in Not er wollte vielleicht gar nicht verraten womöglich wollte er nur warnen aber die ununterscheidbaren kleinen Teufelchen trieben ihn unerbittlich vor sich her die die Gruppe ist stärker als ein einzelnes Gewissen aber vielleicht ist es auch anders herum der große aufrechte komplexe Mensch die Krone der Schöpfung ist so entsetzlich schwach im Gegensatz zur Gruppe wehrlos ist er wie ein vom Baum abgefallenes Blatt als der Faludi Bauer auf den Messias schaute und dessen Gesichtsausdruck zu ergründen versuchte begannen sich die kleinen Teufel am Rand seines Gesichtsfelds zu bewegen und er hörte sie flüstern der Faludi Bauer ahnte er durfte nicht zurück zu ihnen blicken dann würden sie verstummen und versteinern nur wenn sie sich unbeobachtet fühlten konnte man sie belauschen er vertiefte sich also in das Gesicht des Messias der Messias litt und er schwieg so dröhnend wie die leere Kirche immerzu litt der Messias schweigend immerzu schwieg er leidend egal was um ihn herum geschah aber die Teufelchen waren unentwegt im Gespräch sie wisperten und lachten ist es nicht glaubte der Faludi Bauer zu verstehen Geschichte ist nicht das der Faludi Bauer hielt den Atem an schloss die Augen und bekreuzigte sich und nun hörte er es klar im Chor gesprochen von vielen boshaften Stimmen die zwischendrin metallisch kicherten sie wiederholten es immer wieder es kam ihnen unendlich lustig vor den kleinen gefiederten Teufelchen auf dem dreiflügeligen Altarbild der Kirche von Dunkelblumen das ist nicht das Ende der Geschichte vielen Dank ja meine Damen und Herren das ist nicht das Ende der Geschichte aber dieses Buch ist eine tolle Geschichte die ich Ihnen ans Herz lege ich bedanke mich bei Eva Menasse ich bedanke mich bei dir sie wird auch gerne signieren kommen Sie gut nach Hause danke das ist nicht das Ende der Geschichte ich bedanke mich bei dir ich bedanke mich bei dir zu